Ich glaube, später kann man sich auch für Einsicht was kaufen, aber halt noch nicht jetzt. Oh, das war ein bisschen hoch. Aber ist egal. Also ich finde, der Anfang geht gut klar, nur dann am Ende wird es ein bisschen schwierig, finde ich. Nein, nein. Du musst gar nicht erst versuchen. Du musst gar nicht erst versuchen, mich anzugreifen, du, alter Schmalle. Wow. Gib. Oh, droppt nichts. Frechheit. Oh, wo ist der fette Wolf? Da, komm her. Okay, geh da lang, ist auch so. Ja. Sterbe ich an dem, oder was denn? Alter, die droppeln keine Violen. Also hier sind ja auch noch ein paar, aber die droppen, glaube ich, auch keine Violen. Deswegen brauch ich es auch nicht probieren. So, what? Habe ich noch irgendwas, um mich zu boosten? Ich weiß nicht, ob es Gift ist. Ich muss es probieren. Bestientum habe ich keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal eine. Okay, krass. Ich weiß auch nicht, was Bestientum macht, wenn ich ehrlich bin. Aber... So, erst mal ein bisschen Damage machen. Kleine Prütebacke, ey. Ja. Ja, da kannst du hauen. Kein Problem. Aber ein bisschen ist halt auch einfach. Die andere Form geht schwer. Wieder. So. Fuck. Okay, warte mal. Ah, okay, das ist Vergiftung. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Das ist Vergiftung. Sehr gut. No, 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 no. No, 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 no. Aber es ist halt jetzt problematisch, ne, für mich. Ist halt schwierig. Huh. No. No, 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 and no, 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 no. No, 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 no. Ah, nicht getroffen. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Also die glüht ja immer mehr, die wilde Kuh. Ich treffe auch nicht mehr, ne? Ich glaube, es ist hier ein bisschen wie Bullskampf, ne? Glaube ich. Ne. Einschlagen, ist gut. Wir wollen es nicht übertreiben. Versuchen das Ganze mal nice and slowly, ne? Okay, den habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Oh, er macht jetzt. Oh, nö. Einschlagen, ey. Ist voll wunderschön. Dann melde ich es halt auch mal gut aus, ne? Direkt wieder weg. Einfach nur cool bleiben, dann läuft der Hase. Ah, zweimal getroffen. Da. Okay. Alles klar. Okay. Oh, shit, 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 shit. Vergiftung. Nein, nein, nein. Fuck, 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 fuck. Oh, Gott. Oh. Scheiße. Da hat sie mich jetzt einmal richtig hart erwischt. Okay, aber ich kann es heilen. Das ist schon mal gut. Oh, meine Fresse, ey. So, nochmal heilen. Ich habe noch vier Stück. Ich darf mich nämlich treffen lassen von denen. Dann ist alles cool. Und jetzt sollte ich, glaube ich, sowieso nicht so nah an ihn ran. Ich werde nämlich vergiftet. Oh. Ich spratze die ihr Gift ja auch überall hin, die Würde, ne, würde. Ja. Und weg, und weg, und weg, und weg. Oh, Alter, jetzt macht ihr das die ganze Zeit, oder was? Weg, 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 weg. Oh, ich bin vergiftet. Weg, 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 weg. So. Okay, die Frage ist, was mache ich gegen dieses scheiß Gift? So viel kann ich ja jetzt auch nicht mehr machen. Wenn ihr das da die ganze Zeit rum spritzt. Ich mach dich kaputt, ne? Naja, dich. Okay, ein bisschen Abstand. Jetzt ein Molotow fährt cool. Hab ich aber, glaube ich, nicht mehr. Okay. Einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben. Dann hab ich sie gleich. Dann hab ich sie gleich. Ich würde einmal ganz gerne mal in den Inventar gucken, ob ich noch irgendwas hab, ob mir hilft, aber ich glaube nämlich nicht. Molly hab ich nicht mehr. Oh, das war doof. Das war richtig dumm. Ich bin tot. Fuck. Alter. Alter, wie dumm, ne? Wie dumm. Fuck, Alter. Alter, ich hat's doch schon fast. Und dann so ein Kack. Ich bin da auch nicht mehr weggekommen aus der Ecke. Das war halt richtig blöd. Shit, ey. Oh, ist das ärgerlich, Mann. Ich hatte sie schon. Ich hatte sie schon. Egal, ich renne jetzt hin. So, das Gegengift auf jeden Fall drauf lassen. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, was die genau machen, ey. Aber das Gegengift definitiv lassen ist wichtig. Viel Fiolen ist nicht viel, aber ich versuch's damit. Wenn's nicht klappt, ist die Folge eh vorbei. Ich mache den Weg. Ah. You and me, bitch. You and me. Ja, ja. Alles gut. Oh, jetzt macht sie jetzt schon gekifft. Alles klar. Okay. Macht das... Ich hab schon vergessen... Oh, war ja... Macht das mehr Schaden gegen Bestien? Ich weiß es nicht mehr. Könnte aber sein. Mein Held ja auch nicht ewig, der Scheiß, aber trotzdem... So ein bisschen mehr Damage nehme ich gerne. Aber die Tabletten wirken da, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, ich nehme noch mal eine. So. Aber jetzt habe ich nicht getroffen. Ist auch blöd. Aber es wirkt noch. Okay. Noch wirkt's. Okay. Glück gehabt. Oh, Alter. Komm schon, ne? Wirken noch. Wirken immer noch. Ja gut, noch sieht man's ja eigentlich auch. Dass wir wirken. Na ja, nicht cool. Ach, fuck. Macht diesen Einer-Schlag grad nicht mehr. Ist halt ein bisschen blöd, ne? Jetzt wirken sie nicht mehr. Na ja, doof. Da. Mal wieder getroffen. Nice. Und weg, und weg, und weg, und weg. Jetzt rastet sie wieder aus. Na ja, alles cool. Ich will mir überlegen, ob ich mir Kugeln mal mache. Aber... Hm, okay. Nee, nee. Lassen wir mal. Okay, ab jetzt ist Gift am Stissel, ne? Ich dachte, es springt los, aber na, alles gut. Fuck, ich bin vergiftet. Mach mal ein Gift weg. Oh, was? Ich bin schon wieder vergiftet. Leck mich doch im Arsch, ey. Hör auf mit dem Vergiften, du blöde Kuh. Alter, schon wieder vergiftet, ey. Alter, jetzt werde ich aber auch hier permanent vergiftet. Was ist denn los? Was ist das? Hör mal auf damit. Blöden, hässlichen Kackscheiß da. Und weg, 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 weg. Schön, ey. Jetzt machst du es gleich aber wieder, ne? Ich bräuchte irgendwas, was gegen Gift mir auch Schutz bietet. Aber irgendwie, ey, wie schnell das geht. Keine Chance, ey. Keine Chance. Absolut keine Chance. Fuck. 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 Ich bin nur ausgewichen. Ich habe nur noch ein Scheiß Gegengift, ne? Ja, jetzt war es eh gleich. Fuck. 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 Ich dachte mir jetzt, sie oder ich. Alter, das mit dem Gift ist ja widerlich. Vor allem, das zieht so viel ab, ne? Ja, was soll ich machen? Ich muss nochmal hinrennen und muss dann zurück. Machst halt nix, ne? Muss mir halt jetzt nochmal ein bisschen, äh, Blutechos holen, damit ich, äh, die kaputt mache, ja. Ein bisschen geben die ja alle. Ey, schon das zweite Mal fast getötet, ey. Und dann immer dieses Gift, ne? Immer dieses Scheiß Gift. Der ist schon ein bisschen nervig mit dem Gift. Immer zum Ende. Nein. Ich bräuchte irgendeinen Schutz vor Gift, ey. Ich geh jetzt auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Ähm, ich brauch Blutechos. Ey, das ist so ein Scheiß. Ohne Witz. Ja, ich möchte mal erwachen. Ich dachte mir, okay, ich hau jetzt drauf. Oh, was geht. Leider gestorben. Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. Die Folge wird nämlich sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, ob sie bis eins oben ist. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Kommt halt ein bisschen später. Weil die ist jetzt schon über 50 Minuten. Ey. Ich hoffe, ich schaffe die jetzt. Ach, fuck. Doch, ich hab noch was gegen Gift, oder? Das wird, glaub ich, mehr gegen Gift. Eigentlich war ich der Meinung, in der Truhe hab ich noch was gegen Gift. Aber gut. 14 Stück. Naja, so viel brauch ich nicht. Ich hole mir nur das, und... Hm. Ich kann mir zwei Stück davon holen. Okay. Molotow Cocktail. Ich probier's. Ich probier's mal mit nem Molotow Cocktail. Ich will mal wissen, wie viel Damage das macht. Was wollte ich hier? Achso, Kiste gucken. Ich bin der Meinung... Ich habe... Warte, in meiner Kiste sag ich doch. So, pass auf. Wir lassen die einfach mal drinnen. Machen den hier rein. Machen die hier rein. Machen das Ding hier rein. Und die? Die nehm ich dann auch. Ich versuch jetzt noch ein einziges Mal. Und dann ist die Folge echt vorbei. Weil ne Stunde wollte ich eigentlich nie hochladen davon. Naja. Ich könnte es jetzt auch... Oh nein, ich cutte es in zwei Folgen. Ist natürlich auch möglich. Ach ja, ach ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Macht der Stock so eigentlich mehr Damage? Nee, ne? Und es verwundert mich eigentlich, dass ich das Ding nicht stackern kann. Weil bisher konnte man, glaube ich, jeden Boss stackern, oder? Vielleicht habe ich auch das Timing immer nicht hingekriegt, aber... Vielleicht habe ich auch das Timing immer nicht hingekriegt, aber... Also kein Bock auf euch. Ich renne wieder durch. Aber wobei, da habe ich auch keinen Bock, mit dem Stock gegen die zu kämpfen. No way, Alter. No chance. Ohne Spaß. Das ist mir... Da muss ich viel zu nah ran. Da muss ich zu nah für ran. Okay, sobald ich kann, werfe ich ihr das Ding mal in die Fresse. Ah, 156 Schaden ist okay. Na? Nee. Später wird jetzt schwierig, ne? Ja. Ja. Jetzt geht's alles noch, aber dann... Naja. Geht nicht. Also ich glaube, die kann man nicht staggern. Schade eigentlich. Schade. Oh, wie ich immer zu weit weg bin. Huch. Hi. Ach, zu weit weg. Ärgerlich. Oh, komm her. So. Mehr oder weniger Phase 2. Okay. Daneben geschossen. Doof. Ach so, das wäre Angriff gewesen. Na gut, schießen wir. Auch gut. Das ist halt noch einfach, ne? Da auszuweichen ist kein Problem, aber... Ich wäre fast nicht ausgewichen. Wenn da ein Gift gleich dazukommt. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist dann richtig widerlich. Ja gut, was soll ich... Oh. Keine Munition. Blöd. So, ja komm. Hopp, hopp. Jetzt ist ich schon mehr als zu weit weg, ne? Ja. Ja, jetzt bist du da hinten. Toll. Jetzt bist du da hinten. Hast du toll gemacht. Oh. Alter, das geht mir ein bisschen auf den Sack, ne? Immer die Kack-Angriffe. Oh, daneben gehauen. Doof. Zu weit weg. So, gleich kommt's Gift. Und dann hab ich Spaß. Ich hol mir noch mal Munition. Man weiß ja nie... Wofür... Wofür... Hä? Scheiße. Das war dumm. Das war dumm. Mann, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich schaff die nicht. Ich hab... Weiß nicht, ich mach zu wenig Damage, beziehungsweise ich halte zu wenig Gift aus. Ich bin ja so schnell voll mit Gift. Also ich behaupte... Oh, und das ist... Das ist um einiges Gift resistenter als alles andere. Vielleicht sollte ich damit kämpfen. Okay, ich versuche noch ein einziges Mal. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann weiß ich's auch nicht. Die Gift resistent ist jetzt um einiges höher. Vielleicht klappt das. Vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob das hier irgendeine Relevanz hat. Also ich fand in Dark Souls war es immer unwichtig. Ob du jetzt da Gift resistent hast oder nicht, spielt keine Rolle. Aber vielleicht ist das hier ein bisschen anders. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich brauche Gift resistenz. Ohne Gift resistenz keine Chance. Die ballert mir so schnell ihr scheiß Gift rein. So. Ja, hau doch direkt ab. Blöde Kuh, komm her jetzt. Und da ist er wieder zu weit weg. Und da ist er auch irgendwo wieder hin. So. Ein paar Mal getroffen läuft. So, zweite Phase. Okay, tschüss. Verschwinde einfach hinter der Säule. Ist okay. Passt schon. Ich hoffe, die Gift resistenz hier bringt was. Ah, zu. Nee, doch. Betroffen. Nice. Nice. Nein. Ach, nö. Vergiftet. Und ich muss mir... Oh, das war knapp. Und nochmal. Und nochmal. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf einem Level. Kleine Bitch, ey. Jetzt mach ich dich richtig kaputt. Oh Gott. Oh, joi, oi, oi, oi. Okay, scheiß drauf. Ich hol mir die jetzt nicht zurück. Ist okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Resistenz was bringt. Ich hab irgendwie nicht so das Gefühl. Ich weiß ja noch nicht... Weißt du, wenn das Gift kommt, was soll ich dann noch machen? Hat mich getroffen am Arsch, ey. Oh, ich hab jetzt... Jetzt, jetzt. Ja, jetzt geht's los. Hm. Was mach ich jetzt? Weil ab jetzt vergiftet sie mich in meiner Nähe. Das ist halt scheiße, ne? Das heißt, ab jetzt muss ich wegbleiben. Boah, Alter. Shit, was mach ich denn jetzt? Wohl, jetzt geht's, ne? Ja, ich weiß nicht, ob's langsamer geht, aber nicht ganz ehrlich. Nur diesen Einer-Schlag, ey. Weil da kannst du nochmal ein bisschen Damage raushauen. Der hat mich echt getroffen, dein Ernst jetzt? Und tot. Nee, noch nicht. Oh, Alter. Jetzt leck mich doch am Arsch. Also was ist denn jetzt? Jetzt bin ich tot. Nee. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Dieses Gift... Kein Plan. Und ich hab auch nichts dagegen. Ich hab nichts, was ich gegen Giftmankern aushalte. Giftzeug. Aber das war's. Scheiße. Aber ich muss die machen. Hab ich schon? Ich glaub nicht. Kann sein, ich hab keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also entweder ist das jetzt eine Folge über eine Stunde oder es sind zwei Folgen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen farm. Könnte sein. Das würde ich aber wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ähm... Um ein paar Level zu steigen. Mehr Leben. Mehr Ausdauer. Mehr alles. Und, ähm... Ja. Dann... Ne? Schauen wir mal. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.